Schnellkönigin, in den Winternächten fliegt sie durch die Straßen der Stadt, schauf in die Fenster hinein und dort. Ich hab sie alle gesehen, die Toten, die Jungen, die Alten, aber der kleine Kai, der ist nicht dabei. Beautiful, beautiful, beautiful. Ich sehe ein winziges Glaskörnchen in seinem Herzen und eine Glassplitte in seinem Auge. Hilf dir, damit sie ihren kleinen Kai wieder bekommt. Bis zum nächsten Mal.